Was ist das Schicksal? Imanu Bilqadr Glauben an Schicksal Und sie wollten mit Ibn Umar Radiyallahu An darüber diskutieren Sayyidina Abdullah Ibn Umar Radiyallahu An sagte Und wenn ihr einen Berg von Gold auf den Weg von Allah Subhanahu Wa Ta'ala spendet Und ihr habt nicht an Qadr geglaubt, wird Allah Subhanahu Wa Ta'ala dies von euch nicht annehmen Hatta yu'minu Bilqadr, bis ihr an das Schicksal glaubt Zu den sechs Säulen des Imans, des Glaubens, gehört der Glaube an das Schicksal Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh